Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde LOL. Es ist 1 Uhr und wir haben wieder mit dabei neben mir TheBloodded. Guten Abend. Dann haben wir Stefan dabei. Hallo, das soll jetzt kein Running Gag werden. Sascha bitte. Doch, doch, definitiv Running Gag. Nein. Alter, hast du mich verlangsamt, ey? Hey. Oh! Aber hey, soll ich dir mal was verraten? Und Scroll ist auch dabei. Hallo. Gonji, soll ich dir mal was verraten? Lass lieber die Crews für dich arbeiten. Wen soll ich für mich arbeiten lassen? Die Crews, die Minions. Minions, Mensch, sag Minions. Das soll kein Running Gag werden. Ich finde es lustig. Ich bin leicht verarscht. Ich weiß auch nicht warum, aber... Alter, ich bin Illusion, der sieht so mega-gay aus des Todes. Das ist echt unglaublich. Warum zum Teufel spiele ich eigentlich in Support? Keiner spielt auf dieser Elo in Support. Die spielen das, was man will. Ja, warum mach ich das nicht? Weil du dich mal triffst, denn da ist dein Scheiß-Supporter. Dafür klau ich dir deine Farm, Alter. Meine Farm? Meine kleine Farm, oder? Ja, Mann. Alter, boah, das ist echt nicht schön, was wir hier gemacht haben. Nein. Alter, oh Gott. Er hat gegrabt und hat getroffen. Was ist da los? Kannst du mich mal scrollen, Alter? Aber Stefan. Stefan. Jetzt sei doch nicht so, Stefan. Ach, ihr könnt mich alle mal. Nein. Kannst du da raus weggehen? Nein. Abgelehnt. Nicht so lange, ich will gute Leute. Oh fuck, ich hab... Ich nix habe Mana. Grab den mal. Ja, ich hab keinen Mana zu grabben. Ich stehe hinter der Minion-Wave. Alter, der schießt so langsam die Lusche. Ach, kacke! Ich weiß schon, warum der Lusche heißt. Ja, ich muss gleich mal back, wa? Oh fuck. Oh fuck. Hab mich ja auch nur verdrückt. Ich wollte eigentlich gar nicht den Nils finden. Shit. Ich hab's gerade... Vorsicht. Oh, da ist der zweite. Ja, natürlich. Das heißt, gibt ja natürlich. Das war der Plan von denen. Okay, das war's. GG. Noob. Ja, durchschen. Noob, 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 noob. Noob. Alter. Oh, jetzt weiß noch mal was hier. Es ist 1 Uhr nachts, das Reifelsergebnis. Ah. Könnt ihr mal... Könnt ihr mal ein bisschen... ein bisschen Niveau voll spielen? Oh, oh, ich bin gleich tot. Gereht. Ja, das war doch mal abzittert. Oh. Bin ich schon. Oh, nee. Biss. Nee, doch nicht, Juri. Gebt das mal. Ich bin OP. Ich bin OP-Luschen. Ich bin der... der Schwule mit den zwei Klagen. Ah, mein Gott. Ja, richtig. Toll mir... Ah, geil. Ich darf Blutduster spielen. Das finde ich cool. Ich gehe auf Blutduster. Kommst du mal hier unter den Tower. Dankeschön. Das ist doch ein vertretbarer... Towerhacken. Worauf gehe ich... Wurde ich mir nicht zuerst die Schuhe? So kenne ich das. Doch, eigentlich holt man sich zuerst die Schuhe, aber das wurde so irgendwie gemacht, dass man sich nicht zuerst die Schuhe holt. Ich weiß nicht warum. Aber es ist inzwischen so. Das heißt, ich hole mir alternativ... Was? Ja. Ähm. Der ist Doran Schild, glaube ich. Als erstes. Und dann holst du dir die Schuhe extra. Und das Doran Schild verkaufst du dann am Ende, wenn du relativ weit bist und dein Bild dann setzen kannst. Also Doran Schild habe ich aber. Und die Schuhe. Achso. Ja, du kaufst ja am Anfang Doran Schild und dann kaufst du die Schuhe als nächstes eigentlich. Ja. Der klaut mir echt in Form, der Penner. Hallo. Vorsicht, Validsch. Das war der im Plan. Och komm mir jetzt nicht so. Wer ich? Ja. Hä? Haustiere war das. Da ist die Lusche wieder. Komm, die holen wir uns jetzt. Ja, ich habe halt noch... Ulti ist halt noch ein... weiter fernes Schade. Oh, schön und wert. Jo, da kann trotzdem reinmachen. Ja, der ist gut drauf, ey. Ich glaube, das ist aber auch nicht Haustiere, wenn ich ehrlich bin. Nee, das ist... Der Real Hammer. Der ist schon awesome. Ach komm schon. Ich schrei hier oben. Sonst was... Vielleicht kommen die Nachbarn runter, ey. Ja, Sascha, dann sei doch mal ein bisschen ruhiger hier, ey. Nein, man. Bei Gaming muss man sich aufregen. Because Gaming is fun, ey. Ja, Mann. Eigentlich hätte ich den Kanal Because Gaming is Rage nennen müssen. Ach komm, da habe ich schon wieder einen Minion erwischt. Ich habe mal einen Witz. Ey, jetzt machen wir den Garen hier weg, ey. Geh jetzt ehrlich. Ja, ich kann nicht kurz runter... Zurück habe ich erst. Nein! Mist. So bin ich hier nur noch gefällig. Du kannst es versuchen. Das kann nicht wahr sein, Alter. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, nicht so. Kommt in 10 Sekunden. Kartoffelsalat. 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 Geil. Nehm ich. Was? Sie kommt gerade Kartoffelsalat. Nicht sie isst. Sie kommt gerade Kartoffelsalat. Also Kartoffelsalat wäre halt nicht geil, ey. Ey, Sascha? Da kommt der Luschen. Komm. Mach ihn. Was? Das ist vielleicht ein bisschen wahnsinnig, gell? Was willst du von hier? Top fehlt übrigens. Der Luschen ist doch fast down. Wieso hast du den denn jetzt nicht gemacht? Weil meine Scheiß-Attacke einfach richtig scheiße ist, Alter. Scheiß-Attacke ist richtig scheiße, Alter. Alles klar. True Story. Weißt du, die Kuh, die zündet ja nicht direkt. Der läuft erst mal noch 5 Schritte. Ich weiß nicht warum. Weil der dumm ist wahrscheinlich, ey. Der spielt 5 Minuten als Luschen hat schon die Schnauze voll, Alter. Weißt du, das ist so ein Charakter, wo ich... Wo ich... Wo ich... Weißt du, das ist so ein Charakter, der versucht einfach cool auszuziehen, ist aber der Mega-Holbeform tot. Ja, hoffentlich stirbt der, hey. Hoffentlich war schmerzhaft. Ich bin dann auch mal Base. Stell dich da nicht hin. Das ist dein Todesurteil. Nein, entspanne ich. Ich bin Garret. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck, Alter. Boah, der riecht richtig, richtig gut, riecht der, hey. Riecht gut? Wer riecht gut? Ja, ich gönn mir gerade ein bisschen was. Happiness gönne ich mir gerade. Oh, ich dachte, du hast gebläht. Und dann sagt er, der riecht gut? Ja, was ist falsch? Oh Gott. Widerlich. Ja, ich fühl mir gerade klare Happiness in... Nein! Eine Sekunde länger! Nooo! Goh, mach mal hin, Alter! Ich brauch den Verschiff auf, Alter, ey. Ah, das packst du schon, Sascha. Ey, ja, der verarscht. Ich verarscht hier. Ey, ich kann den noch reinkaufen. Geil. Alter! Ich hab noch nicht mal Schuhe, ey. Ich brauche meine, bis ich bei dir bin. Sag da was. Ey, ich kann mir mal gucken, wieviel Schaden mein Ulti überhaupt macht. Habe den Grab auf zwei Meter geschafft. Well played, Sascha. Junge, ich habe ihn hier auch verallt vielleicht, wa? Ich kann noch weiter, aber mal. Oh Gott. Langsam wird's echt anstrengend, hä. Aris, pass auf. Habe ich denn so wenig Mana schon wieder? Wo ist mein ganz Smart? Oh Gott. Nein, ich bin nicht schon wieder drauf. Oh fuck, ich hab ihn hier gezündet, wollte ich nicht. Dein Ernst? Ich wollte eigentlich nicht die Luft, ich bin auf die F-Trotze gekommen. Zurück. Alter, Lucien ist echt der Größte. Den sollte man Lapschen melden, ey. Ich wollte mir eigentlich gerne Freddy Freak holen, aber ich glaub das... Wie wolltest du ihn holen? So heißt der. Der hat nicht mehr viel live. Oh fuck. Dann kann er nicht mehr... Ey Sascha... Da waren Worte. Boah fuck, Alter, wie lange... Wie viel hält der denn aus? Alles klar, Jeeps und Tank. Ja, komm. Danke. Ja, wie geil. So ihr Ficker, jetzt geht's mal hier anders drum. Ja komm, ihr zwei wieder noch. Hallo, hallo, hallo. Ich liebe es. Rengar hat seinen Teamkameraden gekillt. Ja, wie geht das denn? Ich hab meinen Coup auf ihn geschmissen und das bounced ja noch weiter. Und er ist Richtung Tower gerannt, wo sein Teamkamerad stand und der hatte kein Leben mehr. Also so gut wie keins. Und da hab ich ne weggerotzt dadurch. Boah, das Zeug schmeckt wie Medizinhelm. Boah. Und was hast du da? Boah. 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 Na Alter, hast du irgendwo bei mir ne Kamera aufgebaut? Komm schon! Boah. Ja, aber nicht Energy. Sag doch ein Gläschen klare Happiness. Okay. Das klingt aber irgendwie falsch. Sponti fragt, ob wir wieder wegen Bl extolp cellieren? Aber eigentlich... No, nein. Doch doch doch. Nee, ne aktuell nicht. Wie keineswegs an mir. Das ist schon wieder viele W XT wundersch suowing. NOOOOO! NOOOOO! Du bist auch nicht irgendwie explizit gekommen zur Welt, ey. Ja komm, besorgt mir mal ein bisschen Geld jetzt, Sascha, los. Ja, ich nehm dir gern das Geld ab. Komm! Jawoll! Och, schade, fuck. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren auf Level 30, waren wir besser als hier, gell? Ich will ja nichts sagen, aber... Warum ist denn der Fulllight? Ach, da kommt der Maggot schon wieder, hä? Maggot oder Faggot? Ne, Maggot. Wir wollen nicht böse sein. Ich? Ja. Nicht? Wie jetzt? Habe ich was falsch verstanden? Weißt du was lustig ist, die sind halt beide schon Level 80. Stimmt, du bist ja schnell weg. Gut, du hast auch zwei Minuten da einfach rumgestanden und dir einen Drink machen. Ist gut, dass er noch im Tower stehen bleibt. Ich bin tot! Scheiße! Oh Mann, ey! Nein! Jetzt mach ihn! Ich bin verlangsamt! No! Ich will ja nicht sagen, dass ich... Ja, weg, 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 weg! Nicht in den Tower! Die Frieden nicht! Ich krieg den nicht da ohne! Alter, 0, 3, 0 und 0, 4 und 0! Reift bei euch! Oh Mann, ey! Das ist der Shit! Könnt ihr euch jetzt mal bitte zusammenreißen? Ne, Mann! Sonst müssen Gonchi und ich das gleich reißen! Oh Alter, das ist meine Demo-Core! Und du in der Mitte, wow! Du überherrsch dich aber auch mal! Tascha! Was los? Jetzt steigen wir uns mal richtig an! Einmal! Aber er hat dich dreimal! Warte, ich brauch noch schnell einen Schluck Zielwasser, dann kannst du losgehen! Warte, ich brauch noch schnell einen Schluck Zielwasser, dann kannst du losgehen! Warte, ich brauch noch schnell einen Schluck Zielwasser! Schluck Zielwasser! Oh, die hast auch noch einen Drake, alles klar! Ja, jetzt machen wir die fertig, ey! Die haben ja nur einen Drake! Hab ich die Fackel vergessen, oder? Ich hab keine Fackel vergessen! Ich brauch in der Mitte, glaub ich, Hilfe! Ja, ich... Ja... Ne, bleib mal Mitte einfach safe! Obwohl, die machen den Tower! Ich geh mal hoch, Mitte! Ah, ja! Schön schön! Schön schön! Ja gut, der Tower ist jetzt eh eigentlich weg! Darf ich jetzt auf meinem Weg nochmal wieder umgehen? Ja, das hab ich mir gerade echt überlegt! Nein! Bei Alex zu! Hast du ihn? Nee! Ja, aber er hat mich... Ach, ich bin schon wieder Cutter? Ach, nee! Das war cool nach 13 Minuten, Alter! Ja! Sorry, Bro! Oh! Warum glaub ich, dass jetzt gleich die Botlin hier... Hätte ich das gewusst, dass die Sau da ankommt, hätte ich den anderen gekillt! Dann wär's ja nicht mehr drauf angekommen! Warte, die beiden sind Stufe 9, alles klar! Dann ist ja alles cool! Wenn du den eingrabben kannst, dann hol ich ihn! Ja! Ja, gut! Alter, da steht zwei! Ich hab jetzt mal nichts auf dem fucking Manion! Ach, ich lebe schon wieder! Ups! Ich hätte mich mal bewegen sollen! AFK! Erstmal AFK, Mensch! Nee, ich war euren Quatsch da am beobachten! Och, nö! Och, komm schon! Das ist nicht euer Ernst! Alles safe, Mann! Alles safe! Komplett nicht! Sag ich doch! Erstmal volle Kanne rein! Ich sag doch komplett nicht! Och, Menno! Lass das! Oplettig, bitte wechselt einen Account wieder! Es geht grad echt! Es geht bergab! Oplettig, bitte! Es geht bergab! Was ist das für ein Ton? Ich hab keine Ahnung! Ulti von Sion! Jo! Ach, Sion spielt auch mit! Hm! Stimmt, das spielt auch mit! Also, Lucien ist echt ne Lusche! Naja! Zumindest unser! Ja! Ja, die sind in der Botlane durch, ne? Ja, nee! Ich save jetzt hier richtig hart! Pass auf! Jetzt carry ich! Carry Lusche! Alles will ich sehen! Warte mal auf mich! Ich hab Ulti-Rain! Weiss! Wenn der nicht immer 500 Schritte noch laufen würde, um sein Dreck! Also, du bist ja schon wieder fast tot! Ja! Einfach, weil der immer noch 500 Schritte laufen muss! Guck mal! Kann er jetzt mal bitte? Oh, ein Ja! Das kann nicht wahr sein! Braucht er! Ale, Lucien ist echt so ein... Kack-Character! Das ist echt... Ne, der wird grad brauchen, grad brauchen! Komm! Ich krieg ihn nicht! Das ist der Shit! Ich krieg ihn einfach nicht! 0-6, ey! Boah, ich krieg grad gar nichts geschissen! Alter! Ich geh wieder zurück! Mhm! Oh, warte! Die machen wir noch hier! Bad Boy, vielleicht kannst du hier was machen! Jetzt geh ich! Ja, okay! Ah, nicht in der... Alles klar! Alter, Bad Boy, das sieht aber nicht so aus! Alles klar! Ah! Hahahaha! Vielleicht hätte ich auch noch so hingekriegt! Hahahaha! 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 Oh, Alter, what the fuck, ey! Ich bin so durch mit der Welt, ey! Hahahaha! Hahahaha! Ja, genau! So, direkt wieder ein! Hahahaha! Hast du ihn zu reporten, ey! Oh, komm, wir farmen hier, ey! Hahahaha! 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 Oh, ich hab grad Spaß, ey! Hahahaha! Ich hab gesagt, komm hier nicht so! Ehehehe! Lass doch die Minions arbeiten! Hahahaha! Ehehehe! Hahahaha! Oah, Mann, ey! Alte, der Sound ist schon creepy, eh! Ja, was ist das? Das Insulti. Ey komm, wir machen jetzt einen schönen Fahrt hier und dann passt es okay. Ach Mist, der... Ach nee, das ist sein Tod. Jetzt picken wir sie weg. Hey! Was? Du hast hier nicht so böse Werte benutzen. Ja. Oh Gott, da ist er ja schon wieder. Stufe 10, alles klar, easy going. Alter komm, willst du mich verarschen? Sein blöde Blitzenstrahl geht 100 Meter und einer geht grad mal 2. Nicht, 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 nicht. Ich hab mich fast hinweisen lassen. Gott sei Dank hast du das nicht gemacht. Ja komm, geh mal nicht auf den Keks, Alter. Kommst du mal vorbeikommen? Ich brauch noch 15 Sekunden. Ja komm, das muss doch jetzt mal sein. Nein, hör auf. Hilfe, die haben den Zonen zerstört. Du kannst nichts mehr machen. Oh Gott! Ich komm weg. Was ist ein Follow-up? Nein! Oh shit, warum bin ich verlangsamt? Nein! Ich bin der Luca. Moin Moin erstmal. Wenn du ein Follow da lässt, dann kannst du sehen, wie ich auf Level 30 komm. Oder auch nicht. Oh fuck. Kann auf jeden Fall noch ein paar Tage dauern. Ich spiele aber auch relativ viel Seven Days to Die. Das können die anderen nicht mal lesen. Bald XCOM 2. Also wenn du ein Follow da lässt, dann siehst du halt immer, wenn ich online bin. Und ja. Also Follow ist immer gut, kann ich dir mal sagen. Ja, das hat sich gelohnt, Ränge. Oh Gott, die sind schon wieder vor der Haustür. Guck mal, die klopfen schon an unsere Tür. Oder Tür und Tor. Ja, gut. Gut, dass du in mich reinziehst. Das war echt perfekt. Ist ja nicht so, als ob ich nicht damage kriegen würde. Vorsicht, die kommen jetzt von hinten. Ja, ich sehe. Vielen Dank für den Follow. Die gehen in den Jungle. Die könnten mitkommen. Die kommen wahrscheinlich mit. Pass auf. Alles klar. Alter, Ari juggelt eh schon. Willkommen in meinem Looper. Wenn du jetzt bei Twitch halt immer online bist, kannst du unter Profil steht irgendwie folgt. Und da wirst du dann immer sehen, wenn ich online bin. Vielen Dank für den Farben, Junge. Ja, das Sion push steht am Mittel, da sollten wir mal hin. Ja. Außerdem spielt der Gonji nicht immer mit solchen Leuten wie Sascha, Bledding, mir und Bad Boy, die absolut abgespaced sind. Ach komm schon! Das heißt also, du musst auch mal ein paar... Rapp da hinten? Okay. Alles klar. Muss da hin? Nicht. Nein, ich wollte doch nur locken. Oh, die haben Drake gemacht. Schön. Oh, die haben Schildern bewacht. Was soll eigentlich das HaHaHa von dir, äh... Scroll? Das können die anderen noch nie mal lesen. Das war nur ein T-Chat. Weil ich mich muten musste, weil ich so gelacht hab. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht mal mehr, warum ich gerade eben so krass gelacht hab. Ich auch nicht mehr. Pass auf, von unten kommt die... Weg! Wie soll sie von... Weg! Das ist von unten, von... Oh, nee, warte mal, ich... Aua! Aua! Oh, diese krasse Regeneration von dem Rangal. Ja. Alles klar. Schau mal weg. Ja, mei. Brauchst du rein. Oh, shit! Wo kommt der an her? Jesus, was los? Töte ihn! Ich mach den! Ich mach den! Ich mach den Ultimation, der Illusion, Alter. Nee, warte mal, da will ich nicht links. Was? Jetzt rennen die Wölfe hinter dir her. Nee, die haben schon von mir abgeholt. Wir haben den mit seinem Schild gleich so weit, dass er oben ist. Alter, Sascha! Warum mach ich jetzt den fucking so schnell? Weg, 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 weg! Komm, rett, mein... Aaaaah! Atalon ist gefeedet! Wer war das? Ja, das ist Mitte. 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 0,5. Dafür kann ich nichts. Ja, la, ja, ja! 0,5 ist aber auch nicht schlecht da unten. Boah! So, ich brauch jetzt erstmal... Ja, wo ist mein Damage? Ich mach keinen Schaden! Spooks are made for fighting. Nee, im Moment. Was vielleicht nicht getroffen habe. Oh, ich kann dich vielleicht nicht gerade da rein casten. Das war vielleicht die Probleme. Oh Gott, da ist der Lucien schon wieder. Alles klar. Talon ist halt immer noch oben am chillen. Wer ist Schild? Talon. Talon. Der mich gerade weggemacht hat. Ey, ich bin schon für 10. Yes. Oh Gott! Er kommt jetzt wahrscheinlich in die Mitte. Ach ne, Rengar ist in der Mitte. Gib Gas, Bobby! Gib Gas! Rengar hast du auf jeden Fall ne Chance, Alter. Ich guck mal meinen Helfer an. Ich komm mal zu dir. Ich bring die alle mit. Ich bin tot. Ach, der Lucien? Gut. Ich bring die mal alle mit, sagt der. Den machen wir jetzt. Ja. Oh, kack hier, Alter. Das ist so der Shit. Der hält aber was aus. 721, well played. Ey, ich hab nen Kill. Ein Kill und keine Sists, weil mein ADC keine Kills macht. Weil der Lappen einfach nicht schießt. Das wird's einfach, die Erklärung. Lass Lappo aus dem Spiel. Sehr gerne. Du siehst über meinen Char meinen Namen. Und dann schickst du mir einfach ne Freundschaftseinladung über LOL. Ach, kommt Looper Luca. Ja. Und dann... Bei Gelegenheit zacken wir mal weiter zusammen. So, ich hol mir jetzt erstmal den Turm hier. Bam. Nice. Alter, die... Die Top-Lane, die könnte uns schon noch carry'n, oder? Weil wir nach 24 Minuten den ersten Tower geholt haben. 721, läuft doch. Ja, easy. Oh, 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 oh! Garban kommt! Der ist ganz gefährlich. Danke für den Farben, Alter. Du weißt, ich glaube wir grad die ganze Zeit den Farben. Oh, ich hab die großen Mininen bekommen. Das hat mir gefällt mir jetzt. Was macht er denn? Ulti viel zu früh gemacht von Garan. Wie schlecht ist er denn? Was ist das für ein Garan? Alter! Scheiße. Aber Garan war schlecht denn. Das war deren Plan. Da ist er. Hast du gesehen, was er sein Ulti gezündet hat? Da hatte ich noch 3,5 Lee. Das war richtig schlecht von dem. Ja, das ist richtig. Drauf, Sascha! Nein! Ja! Lol, nice! Alter. Du hast nichts bekommen, alles klar. Bist du auch tot? Oh, nee. Aber der Turm. Oh! Was soll ich mir denn noch kaufen? Infinity Edge. Was soll ich mir denn noch kaufen? Der Garan ist schlecht. Oder? Nicht? Slow down. Slow down. Äh, nein. Alter, ich habe gerade meinen ersten Kill gemacht. Und zwar alleine. Ey, ich habe einen Assist bekommen. Irgendwas muss ich mir schauen. So stolz auf dich. Der ist 9,2. Ich bin 1,6 und ich habe ihn getötet. Vielleicht war er ja überrascht, dass ich da reingerannt bin. Ich glaube, Garan sucht mich noch. Dann schnopp ich... Dann schnopp ich... Nee, der andere. Dann schnopp ich mir den Fick. Oh Gott. Oh nein. Jo. Alter, wie viel damage zu fahren. Ja, genau. Den wollte ich grabben. So macht das ein Garan, Alter. Jure! Bam Bam! Oh Gott. Was machst du denn da? Der schießt! Ich sag doch, der läuft immer, wenn ich meine Q setze. Dann läuft der erstmal immer 5 Schritte, bevor der überhaupt zuschlägt. Bam! Jetzt weg. Ja, ja. Ja, clever. Und so. Guck mal, die unterstützen uns jetzt aber voll. Die setzen jetzt nur noch einen hier unten auf der Plotlane ein, weil sie denken, dass wir keine Gefahren machen. Ja, das reicht aber auch. Pssst! Das muss ja keiner wissen. Sollen wir mal Drake machen? What? Ich bin halt. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Wie gesagt, schick mir eine Freundschaftseinladung. Und ich glaube, der Drake ist grad gar nicht ab. Doch, der ist mal hätte. Jetzt ist er wieder da. Lupe Luca. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. So, ich bin jetzt mal in der Base. Wenn ich jetzt mal da gewesen wäre. Haustiere zwei? Ja. Da hab ich ihn vielleicht gemacht. Da steht ein Talent! Der tut nichts! Doch, der ist ja gefänglich draußen. Boah. Mit dem Ernst? Aber du kriegst den jetzt. Wenn du den grabst, dann holen wir den. Na los! Was? Jawoll! Ja, ich hab wieder nen Minion geschnappt. Okay, ich bin so gut wie tot. Renga will nicht. Ich bin so gut wie tot. Ja, easy. 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 Mhm. Die resistance brauche ich nicht. Was ist falsch bei euch? Ne Menge. Es kommen jetzt sogar die Leute von unserer Lane bei euch farmen! Nicht die Minions! Nein! Euch! Was willst du denn? Der Garin war zu Anfang hier auf unserer Lange. Ja warum ist Garin? Warum ist der so OP? Was ist los mit euch da oben? Die Haare, ne ist klar. Ja die haben mal eben Break gemacht. Oh Leute ey. Deswegen war das so ruhig eben. Ah der kommt wieder. Ach jetzt seid ihr wieder tot. Ich bin noch tot. Also ich kann noch mitnehmen. Komm wir machen das jetzt mal. Sehr toll. Ich helft ihr. Helft ihr. Kommt ihr her. Was? Wie schnell ist du denn eigentlich? Gut das Bad Boy einfach weiter läuft in die Ulti rein. Ja was soll ich machen? Ich hab nach hinten gemacht. Sponti fragt gerade ob heute doch kein Blood and Souls mehr ist. Ja ne. Scheinwohl eh. Unwahrscheinlich gerade. Ich glaube wir haben uns ein bisschen in LoL versucht. Das könnte sein. Gott ihr müsst noch 4 lernen bis Level 30. Wird hier gerade geschrieben. Ja müssen wir auf dem Fall. LCS Niveau schon lange. LoL! Weg! Da kommt ne Mietze Katze. Da kommt ne Mietze Katze. Da kommt ne Mietze Katze. Ich glaub ich seh ne dicke böse Mietze Katze. Die waren richtig böse zu uns. Alter. Komm mir mal den Stern mein Freund. Die dürfen nicht lachen. Warum dürfen wir nicht lachen? Warum springst du nicht weg oder sowas? Hab ich doch schon. Ich kann halt nicht 5 mal springen. Ja aber er kann 5 mal springen. Warum kannst du das nicht? Das war's echt. Das ist. Boah. Noob! Keiner hält den in der Mitte auf. Lässt sich der Mage von nem ADC fertig machen? Warte mal kurz. Ich muss mal eben kurz hier. Aber hier oben sind 3 Stück bei mir. Das kann nicht richtig sein. Ah. Herrgott im Himmel ist das anstrengend hell. Ja natürlich. Was? Oh und du greifst den nicht. Wo ist der denn hingesprungen? Nach rechts. Das kann ich doch nicht ahnen. Ja doch. Was musst du vorahnen man. Was denn? Mensch. Da oben links. Menno. Ich hab 5 Stunden Loll gespielt. Ich muss ahnen wo ich hier was hinjump. Ja natürlich. Wie willst du denn jemals LCS schaffen? Ja das ist. Ne? Du musst wissen was der Gegner macht bevor er es selbst weiß. Jetzt hat's verkackt. So weg mit dir. Komm wir machen Blubuff hier für dich Ari. Komm drauf. Oh erstmal hinschaut. Das war auf jeden Fall sinnvoll. Du solltest den nicht schlagen. Und du klaust dir den. Oh. Das war gut. Oh du. Oh. Komm wir machen dir den Blubuff. Ich nehm den. Oh. Meins. Ah. Kopf trifft Tisch kritisch. Das tut mir leid. Bad boy. Ich wollte ihn. Du wolltest ihn doch. Du wolltest ihn doch. Fertig machen. Ja aber was bringt mir der Blubuff? Ja eben. Das war ja Absicht. Das war ja Plan. Bad boy. Pass auf. Boins. Hey ich hab ihn gekriegt. Ich hab auch 2 und 15. Oh gut. Wir haben Baron gemacht. Wir sind tot. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt. Ja fast. Ja was denn. Ich muss sagen. Bot lane hat gerult. Äh top. Und ihr habt. Halt nichts gemacht. Hey du hast gerade gesagt. Bot lane hat gerult. Ja ja. Für die Gegner. Das kann gar nicht wahr sein ey. Dieser Grab. Junge da war knapp. Mhm. Ist die neue Definition von knapp 2 Kilometer vorbei? Hab ich was verpasst? Ja auf jeden Fall oder? Alles klar. Leucht bei euch. Wie er nicht stirbt. Ähm wer ist denn das da? Das ist. Das ist. Das ist Lucian. Ich glaub mal Lucian ist OP oder? Was? Ja Blitz. Nicht so. Die kommt nicht mehr weg. Die kommt noch weg. Ha. Easy. Wie lange der Lucian einfach in dem. In dem. Tower stehen kann. Und nichts passiert. Hey Phantom Tänzer. Phantom Tänzer sieht aber auch inzwischen ganz schön scheiße aus. Das war's wert. Nicht. Ich hab 2.8 wenigstens noch geholt. Ich glaub so viele Kills wie unsere Midlanes. Das reicht mir. Ach. Der heilt sich zu schnell. Ja. Der hat sich auf den anderen Lanes hochgefuttert. Und ne. So. So. Den musste ich noch mitnehmen. Dein 2.8 schlag ich um 2 Kills. Du hast 4.8. Well played. Was denn? Noob Team. 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 Das ist ne Serie. Alter Schwede. Ja ne Win Serie oder? Ja. Ja. Mit V. Finn. Alter Lucien. Ich hab bei Lucien echt absolut ein B. Ich hab ein C plus gekriegt. Was? Ich hab ein B für mein Blitzcracker. Ich hab ein B minus. Was hast du? Wie scheiße hast du gespielt? Nein. Ich hab A sogar. Ey. Das kann nicht sein, dass du ein B hast. Ja du bist auch. Ey Junge. Ich hab geruled. Positiv. Von der Karriere her. 2. 10. 2. 3. Und tschüss. Und tschüss. 6.